Musik Musik Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren Einen schönen guten Morgen, einen besonders schönen guten Morgen unseren Fahrern Große Anerkennung gestern, das war ein herrlicher Tag Ihr seid super gefahren, es war wirklich eine Freude euch zu beobachten Einige Dreher, einige Berührungen mit dem Reifenstapel Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert Und ich glaube es ist in unserem Sinne vom Veranstalter, natürlich vom ganzen Organisationskomitee Und natürlich auch von Ihnen, dass wir wirklich unfallfrei, zügig, schlüpfen orney Rekustin 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 Herrr 4 Zylinder natürlich wieder los Ich bin hier in der Stadt und wurde von der Firma Moritz und Mauer im Platz gefertigt, montiert, wo dieser GT damals nicht vorgekommen ist. Ich bin hier hinten mal gebaut, ein bisschen mal bis 19.73. Ich bin hier in der Vorstellung gerade in 19.4. Ich bin hier in der 70er TR, da haben wir hier einige Schlagzeile. Wir sind hier in der Stadt. Wir sind hier in der Stadt und wir sind hier in der Stadt. Der Klausuh-Boldinger fährt da mit in Österreich. Turm-Wagen-Sport, Tablata, Klausuh-Hopener Östreich. Der Depatement vom Kampagne und Kompagne. Der Kategorie G ist Feuer 80 erreicht und seit 1988 ist der Klaus O. Wollinger als vierter Betriebser in der Kategorie G eingetragen. Der Kategorie G ist übrigens als Direktionsstaat. Der Kategorie G ist übrigens als Direktionsstaat. Den Hochdiplomat gab es ja damals in der V.B.V. und Achtung in der V.B.V. Die Blutaktionsstaatbalken In der V.B.V. Der Kategorie G ist übrigens als jetzt in der V.B.V. Also aus der V.B.V. und der Kategorie G im Song Das ist so klammert, wenn du beim Außenliebe sehst und streichst, also eine große Anstreiche, die der Original C bringt mit Spezifikationen. Das ist eine Szene. Das ist eine sehr lebendige Szene. Und so aktuell natürlich ist es ein bisschen dort. Das ist ein bisschen da. Allerdings sind wir da sehr optimistisch, dass wir für historische Fahrzeuge Ausnahmeregelungen kriegen. Und man muss dann auch die OAS zu bauen. Es ist ein bisschen den Stoff an der Ökonomie, wo wir ihn nicht mehr fahren lassen. Und wer hat die OAS zu machen? Das ist das Problem. Das ist der W наши Fahrzeuge. Ja, das leidens beim OAS zu machen. Wann ist ein Alter? Genau so, wie ist das? Das war euch erhaltenswert. Wann ist ein Alter? Ich bin ein Alter, das ist die IFA, Föderation IPRNAS-Date-Infidieren der Siebensruder Wilfried Kallinger-Nürbis-Reitnissen, Interesse. Okay. Aber man muss nicht bei den Eberbahn rein, der hat ja die Zeit, die Läge 2 hat. Also die Läge 3. Das ist ein Ratschel, der sagt Nummer 2. Das ist der Ratschel. Das ist der Ratschel, der Ratschel, der Ratschel. Ich kann mich auch immer fragen, dass wir die Läge 3. Also Wilzeron vorgestellt. Die Rennung von Wilzeron vorgestellt. Ich verruhe 60 km und muss die Wälder werden, aber es ist halt 20 bis 90 km aufgebaut. Hier, wer ist denn aus von Keilsers?